Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Abzocke bei WhatsApp. Vorsicht Betrug, diese Nachricht solltet ihr sofort wieder löschen. Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp stehen einmal mehr im Fokus von miesen Betrügern. Die neueste Abzockmasche der Online-Gangster ist besonders perfide. Wie ihr euch vor der Abzockmasche und Fake-Nachrichten schützen könnt. Immer wieder versuchen Kriminelle, arglosen Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das kennen wir ja hier vom Kanal nun zu Genüge aus den vergangenen Videos. Aktuell haben es die Betrüger auf Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp abgesehen. Bei der Betrugsmasche wird seit Jahren der bekannte Enkeltrick abgeändert und in digitaler Form neu angewandt. Mit dieser neuen Betrugsmasche werden WhatsApp-Nutzer oder eher Nutzerinnen abgezockt. Mit der neuen Mama-Masche. Enkeltrick als neue Betrugsmasche nun als Mama-Masche bekannt. Mütter werden hierbei via WhatsApp über eine unbekannte Nummer kontaktiert. Die Betrüger geben sich dabei als Kind aus. Und die neue Nummer wird gegenüber dem Opfer, also der Mütter, mit dem Verlust des alten Handys erklärt. Mama, mein Handy ist kaputt. Speicher bitte meine neue Nummer. So beginnen die Betrüger das Gespräch im Messenger-Dienst. Grundsätzlich ist eins klar. Bei neuen Nummern, die euch kontaktieren, sollte man immer vorsichtig sein. Schreibt man euch in WhatsApp. Naja, und ihr kennt die Nummer nicht und, äh, tja. Sollte man die Nummer einfach blockieren. Man kennt ja die Nummer seiner Kinder und kann im Zweifel, wenn man sich doch gerade irgendwie nicht so ganz sicher ist, einfach die Kinder auf der alten Handynummer anrufen, wenn man so etwas bekommt. Ich meine, das kann ja immer mal sein, dass es tatsächlich, tja, ein echter Notfall ist. Und man die Nummer halt, äh, oder die Nachricht einfach nur fehlinterpretiert hat. Hier sollte man natürlich vorsichtig sein. Das ist tatsächlich schon ein sehr perfider Trick, den man hier anwendet. Denn mit einer privaten Notlage, ja, ein Abzockergeschäft aufzuziehen, ist einfach nur ekelhaft. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, äh, vorstellen, wie es weitergehen würde. Wenn man darauf reagiert und die Nummer tatsächlich speichert oder zurückschreibt, naja, dann wird das Spielchen seinen Lauf nehmen. Das angebliche Kind wird euch erklären, warum es gerade Geld braucht. Tja, die Frage ist natürlich nur, wie soll das Ganze funktionieren? Geld überweisen dauert ja ein paar Tage. Also kann es ja keine direkte Notlage sein. Und wenn es kleinere Kinder sind, die werden ja in kürzester Zeit nach Hause kommen. Also kann das Ganze hier eigentlich eher nur wieder auf erwachsene Kinder abzielen, dass die Eltern darauf reagieren sollen. Bei kleinen Kindern kann ich mir das Ganze nicht vorstellen. Weil warum sollte man dem Kind dann Geld auf das Konto überweisen, damit das Kind irgendwie, ja, weiß ich nicht, was es damit letztendlich am Ende machen will. Wie die Masche im Detail weitergeht, haben wir hier so leider noch nicht, ja, aufdröseln können. Allerdings ist es schon eine ziemlich ekelhafte Masche. Familienmitglieder in Not. Da reagieren viele Menschen natürlich, ja, hektisch und ziemlich schnell. Allerdings sollte man hier immer grundsätzlich erstmal Ruhe bewahren. Und, naja, wenn man sich unsicher ist, wie schon erwähnt, einfach die, ja, bekannte Telefonnummer anrufen und fragen, ob das Ganze überhaupt stimmt. Und erst dann, wenn da keiner rangeht, kann man darauf vielleicht eingehen. Wobei grundsätzlich weiß man ja eigentlich, wo seine Kinder sich rum, ja, rumtreiben, rumtummeln. Von daher weiß ich nicht. Es ist schon wieder eine ziemlich komische Masche. Und grundsätzlich eins ist klar. Sollte euch eine fremde Nummer schreiben, reagiert erstmal nicht drauf. Man kann sich das Ganze ja angucken und durchlesen. Allerdings auf Links klicken, unbekannte Nummern einfach so sinnlos speichern, würde ich euch von abraten. Der Trick, der hier für WhatsApp, ja, beschrieben ist, der wird natürlich auch in Telegram, Signal und was es da so alles gibt, funktionieren. Auch per SMS. Also von daher zählt das natürlich jetzt hier nicht nur auf WhatsApp ab. Man sollte schon überall auf allen Kanälen aufpassen. Das Ganze kann und sich euch natürlich auch über Facebook passieren, dass euch dort Betrüger anschreiben. Grundsätzlich sollten immer die Alarmglocken klingeln, wenn man weiß, irgendwas stimmt da nicht, das Bauchgefühl ist schon komisch und die Kinder, naja, wie gesagt, erstmal über den normalen Bekanntenkanal versuchen zu kontaktieren. Hier verschafft man sich definitiv Gewissheit, ob es wirklich eine Notlage ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen, kurzen, knackigen Infovideo wieder mal ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Masche gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch allerdings gibt es sie die Opfer. Daher teilt sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf eins der letzten Videos oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.